So, ahoi meine lieben, Sidcasts hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starship Troopers Terran Command. Ich lade die Mission nochmal neu. So, denn den Anfang dieser Mission haben wir uns, glaube ich, in der letzten Folge nicht mehr angeschaut. Ich hatte ihn aber für mich, also nach der Aufnahme, noch gestartet und da hat mir darum auch mein Zettel geschrieben, für die nächste Aufnahme, Mission neu starten. Und das haben wir jetzt gemacht. So, dann schauen wir mal. So, du pumpst mal ein Ticken zurück. So, dann hier, wir können ein so ein, ein so ein. Hier kommt auch mal hier noch ein Stück zurück. Scheiße, und ich hab meinen Raketenmann da schon verloren. Fuck, scheiße. Dann gleich hier noch. Ja, ja, komm, 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 hier rüber. Äh, Kuh, Bombe. Kuh, Bombe. Scheiße. Der Anfang ist ja mal so richtig beschissen hier. Ey, guck mal, wie viele da kommen. Das verkacke ich doch hier. Ja, na komm, hier. Wir können nochmal neu starten. Ich weiß nicht, warum das diesmal so beschissen läuft. Nach der letzten Aufnahme war das ganz easy. Naja, komm, das hatten wir gerade. Weil sobald die da einmal über die Linie drüber sind, hast du die Mission verloren. Ja, ja, komm, das hatten wir auch, ja. Komm mal hier zurück. Raketenmann, die kommt auch zurück. Du stellst dich mal da hin. So, dann hier, Raketenmann. Und noch ne Truppe. Äh, hallo, schießt sie weg hier. Q dahin. Ja. Ah, die habe ich schön verrissen. Hier, kommt, 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 auf Ordnung. Ah. Jetzt haben sie sich da so ein bisschen an dem Fahrzeug verpackt. Das nehmen wir aber gerne einmal mit. Der ist noch nicht wieder so weit. Komm, 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 komm. Und Feuer. Okay, okay, okay. Hier, ihr mit darüber. Raketenmann, hier mit her. Du kannst hier schon mal, äh, noch ein MG-Turm als Verteidigung hinbauen. Und ich muss dich eigentlich mal zum Reparieren kurz nach hinten schicken. Äh, was kommt jetzt hier? Ach, jetzt kommen die Bombardier-Bugs. Dich würde ich mal hier dann noch ein bisschen dichter ran haben. Kannst du noch inbauen? Nein. Oh, die kommen von überall. Und das dauert hier so lange, dass der Nachschubweg hier so weit ist. Komm, komm, komm. So, los, 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 los. Dann kommen wir wieder vor. Achso, jetzt kommen die von da auch. Komm, da. Granate, Granate, da. Jawohl, wir haben ein bisschen was erledigt. Jetzt du hier, komm, werf hier hin. Du kannst auch noch mal werfen, da hin. Ah, der wohnt gar nichts. Haben wir hier schon wieder ein bisschen Nachschub? Nein, haben wir nicht. Ich hab das ganz schön laut. Ich mach mal kurz, dass wir ein bisschen leiser machen hier auf dem Kopf, oder? So, ich hoffe, wir haben es jetzt einigermaßen gut im Griff hier. Das ist gut. Dann komm, dann bau gleich mal rein. Oh, damit wir hier den Brückenkopf gut verteidigt kriegen. So, jetzt haben wir hier noch einen. Sehr schön. Eine Minute müssen wir noch schaffen. Mehr Nachschub haben wir nicht. Okay. Ruhig, das missfällt mir. Was ist hier oben? Hier sind sie wieder von überall. Ja, ja, ja. Ja, machen wir. Immer weiter feuern. Ich gucke das hier auf dem Map an. Oh, oh, oh. Bis jetzt haben sie es ganz gut im Griff. Oh, wir kriegen Nachschub. Okay. Also hier die beiden. Oh ja. Na, wie schön. So, dann machen wir hier erstmal unsere erste Armee. Die anderen hier oben. Achso, die habe ich trotzdem noch. Aber die haben das im Moment hier ganz gut im Griff, würde ich sagen. Und jetzt habe ich minus elf Vorräte. Hier kann ich schon mal befördern. Das machen wir auch und zwar hier das Feuer-Dings. So, wo sollten wir denn jetzt hin? Wir sollten hier irgendwas wieder in Betrieb nehmen. Das Ding da. Aber ich sehe hier einen Gegner. Ah, der kommt schon. Dann gehen wir in diese Richtung weiter und versuchen wir da den Funkturm erstmal zu aktivieren. Und sieh an, da kommen ein paar Gegner. Aber da haben wir diese Elektrotrufer, die sind schon sehr mächtig. Und zwar mit nur begrenzter Reichweite. Oh. Aber die rocken schon, ja? Oh, 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 oh. Boah, da sind diese Tiger-Bugs aber aus Philipp Halle, oder? Ich dachte eben, das war zu... Warte mal, was sind denn da für... Ah, die haben zwei Lebensbalken, ne? Boah, das ist gar nicht gut. Ich bin noch nicht vage. So, erstmal nehmen wir das Ding jetzt hier ein. Oh, ich bin noch nicht vagegen. Oh, ich habe hier noch... Oh, ich habe hier noch einen Wellenbrechen. Schön, wie das hier alles rot leuchtet. So, ich habe aber immer noch keine weitere Verstärkung. Wir müssen... Wir müssen hier hoch. Wir müssen diesen Bugbau hier als erstes erledigen. Hilft ja nischt. Vorher gucken wir mal kurz, wie es hier läuft. Haben die das alles gut im Griff? Aber das wollte ich vorhin sagen. Ich glaube, die beiden SMG-Stellungen hier... Entlasten das doch erheblich, ja. So. Haben wir alles? Also hier läuft es. Und hier? Aber wir können noch nicht... Nein! 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 Wen habe ich jetzt weggeschickt? Äh, halt! Stopp, 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 stopp. Hier, komm, 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 komm. Alter! Alter! Moment, was stand da gerade? Rückenkopf... Achso, Rückenkopf verteidigen. Ja, das machen wir hier in einer Tour. So. Wir müssen hier weiter vorrücken. Wir müssen hier erstmal diesen ersten Backbau hier fertig machen. Mit Stärke 1 ist das doch einer der einfachsten. Außerdem gibt es da Verstärkung. Aha. Oh, wir sind hier noch in Reichweite von Mörser, aber gerade so. Aber gut, das nehmen wir gerne mit. Oh, da haben wir ein bisschen Schaden genommen hier. Aber, hat keiner verletzt. Vielleicht sollten wir die Leute jetzt hier alle mal ein bisschen... einzeln und langsamer vorschicken. Und er hier sollte mal als erstes immer... ...auf die schießen, damit die langsamer werden. Da ist wieder so ein Ding, so ein Wächter-Bug. So, jetzt sind die beiden Stellung hier heiß geschossen. So, was können wir hier befördern? Streumunition, würde ich sagen. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Und das ist der Backbau. Ihr habt etwas weniger Reichweite. Sollte ich also einen Tiefen weiter nach vorne nehmen? Okay. Also, wenn er erst mal langsam ist, dann ist er gar kein Problem mehr. So, wir rücken hier langsam weiter. Gehen wir hier rüber? Gehen wir auf. Gehen wir auf. Ach, der ist leer. Cool. Dann los, räumt leer das Ding. Alle Mann darin. Oh, wir haben wieder drei. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ja, das könnte sehr hilfreich sein. Es scheint, die Militärintelligence weiß nicht alles. Verkehrsüberwachung, auch da. Ja, da wollten wir aber erstmal hier uns den Rücken frei halten, hätte ich gesagt. Das muss fällt mir hier so ein bisschen. Warte mal. Ich habe mal eine Idee. Die habe ich nicht früher gemacht. Ich glaube, ich baue hier. Da kann ich keinen bauen. Hier könnte ich noch einen hinbauen. Aber vielleicht sollte ich den da hinbauen. Und dann kann der nämlich nach hier hin wirken. Vielleicht sogar ein Stück hier hin und nach hier hin. Wir bauen den mal da hin. So. Dann kann ich hier ein... So einen würde ich gern funker. Da brauche ich zweimal. Vorräte. Verdammt. Moment, aber jetzt kann ich den nur. Alert. Bug attack inbound. Guck mal von da. Nach dir. Den möchte ich gern hier drüben haben. So. Wir haben ja jetzt nochmal einen zusätzlichen... Eine zusätzliche MG-Stellung bekommen. Das sollte dann hoffentlich... Diesen Brückenknopf... Äh, Brückenkopf hier... Erstmal sichern. Ich denke schon. So. Und den Feuermann, den holen wir uns hier rüber. Damit wir hier nämlich auch nochmal... Ähm... Stellungen bauen können im Ernstfall. So. Du kommst erstmal mit zur 1 rein. Damit ich dich im Ernstfall auch mitmarkiert habe. Äh, ne. Bleibt mal bitte da vorne alles stehen. So. Die Frage ist, erst hier hoch. Oder... Oh, da vorne ist noch ein Vorratslager. Das wäre natürlich optimal. Wir versuchen das mal mit der gleichen Taktik wie eben. Du stellst dich mal da vorne hin. Hallo. Das finde ich immer doof, hierher. Oft musst du mehrfach klicken, bis du hier endlich mal eben markiert hast. Oh nein, 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 nein. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Das ist natürlich Mist. So eine Kackviecher da noch haben. Äh. Bist du die bekämpft? Du küsst die bekämpft. Oh, da sind noch welche. Hier, komm. Dener, 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 dener als erstes. Direkt Speyerbugs da auf der Flanke besiegen, beseitigen. Wie auch immer. Auf jeden Fall weck die, weck mir die Fiecher aus. Oh, komm mal ein Stück zurück, das ist zu doll. So, ich bin die beschissen. Komm mal da rüber. So eine Ecke ist eigentlich gar nicht gut. Gut, da muss ich da stehen, ist besser. Komm du mal da rüber. Und du noch da vorne. Und hier beide rückieren in der Mitte hinterher. Und du stehst du eigentlich zu weit hinten. Komm mal weiter vor. Ja, dieses Wrack hier mitten auf der Straße ist schon. Oh, drei Tiger. Habt ihr schon alt? Kommt, hör mal nicht so weit. Wo willst du hin? So, jetzt stellen wir den wieder in die Mitte. Den an die linke Flanke und ihr kommt in das Zentrum. So, wie weit ist... Oh. Sir. So, wir schleichen uns hier Schritt für Schritt nach vorne. Als erstes möchte ich hier nämlich das Ding hier einnehmen. Und dann habe ich ihn noch, um mir so einen Luftwaffe zu holen, damit ich meine Truppen direkt immer verstärken kann. Warte mal, Moment, ich hatte dich noch extra mitgenommen? Damit du mir die Entgüchstellung bauen kannst. Oh shit! Oh, das hat aber reingerotzt. Oh shit! Ich komme mal ein bisschen nach vorne. Du versuchst mal schnell das Ding da einzunehmen und dann verpasst du dich da wieder. Jawohl. Was kann ich mit dir machen? Dämpfgranate. Das wäre der Licht. Das ist eine Detonation herbeiführen, die alle Einheiten im Wüns- und Handlungsempfähig macht. Ich glaube, das mit dem Sichtfeld erscheint mir sicher besser, oder? Reihenfeuerrater, haben die schon geil? Und auch Schaden. So, und jetzt können wir nämlich hier in Funker. Funker, so heißen die. So, los, 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 los. Renn nach nach vorne. Sieht zu. Renn schneller. Wir sind schon mit der ersten Folge wieder rum hier bei dieser Mission. Aber wir gucken mal, ob wir das hier noch hinkriegen, dass wir die zumindest alle achten. Scheiße, Alter, 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 Alter. Scheiße, 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 Scheiße. Was war das? Scheiße, Scheiße, ich hab da irgendwen verloren. Meine normalen Trüger sind weg. Oh, fuck. Äh, diese hier. So, äh, Alter, ihr sollt ihr eins sein. So, ihr, macht hier bitte sofort so ein. Und ihr, alle, die verstärkt werden müssen. So, und ihr, kommt bitte ganz schnell von hier nach da. Oh, Alter, das war wirklich hier auf den letzten Meter, war? Zum Glück braucht das Ding hier ein bisschen zum Nachladen, bis hier neue Bugs rauskommen. So. Oh, es ist jetzt zu. Ja, ja, ihr seid alle Nummer eins. So. Ach so, und ihr sollt bitte immer als erstes den Trüger-Bug angreifen. Wir haben das eigentlich hier ganz gut im Glück, die MD-Stellung. Müssen die mir noch ein bisschen krumm? Ja. 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 Alter, schon wieder hier. Äh, Dings und die bitte hier reparieren. Wieso hatten der jetzt Stufe 3 hier schon? Ach so, die hat er die ganze Zeit, glaube ich. Oh, fuck. Scheiße. Dann müssen wir das hier mal gucken, was passiert. So, wir müssen immer noch dichter rangehen. Warte mal. Wollen wir den hier einfach mal ein bisschen weg machen. Und, hä? Ach, ey, den wollte ich ja haben. Jetzt kommt auch noch welche von der Seite. Guck mal ein bisschen vor und baue da eine neue SMG-Stellung. Und du bitte auch immer als erstes diese angreifen. Ups, Entschuldigung. So, und den nehmen wir dann auch mal raus. Und dafür baust du hier. Wir müssen da hin oder da hin. Dann bauen wir da vorne nochmal eine neue. Ja. Und auf die Glocke als erstes, naja, nicht alle. Aber das ist hier schon wieder viel zu nah. Die Stärke 2 hat er noch. Und wenn ich einfach mal nur ein Stück näher gehe. Und dann wieder zurück. Achso. Jetzt schon wieder Stärke 3. Aber ich kann hier sonst nichts weiter rekrutieren, oder? Kann ich mal noch aufkommen? Taktischen Offizier. Komm. Nehmen wir. Alles, was wir kriegen können. Bewege dich mal bitte von hier nach da. Sie sind jetzt schon bei 28 Minuten. Mann. Wir müssen den Bau... Oh, jetzt hat er bloß noch Stärke 1. Komm, rück mal vor. Squad, move up. Wir müssen die durch dichtes Rang gehen rauslocken. Genau so. Komm, los, beeil dich. Dann schauen wir uns doch noch diese Folge. Los, renn rein. Renn rein, renn rein, renn rein, renn rein, renn rein. Oh, renn schneller rein. Scheiße. Oh, wir haben den Bau der erledigt. Leute, vielen Dank. Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, 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 ja. Die stehen jetzt zum Glück schon alle hier. Ja, ja, ja. Die stehen jetzt zum Glück schon alle hier. Hier ist ein U-Bahn-Schacht. Ich hoffe, hier steht es so ganz gut. Nee, komm, das müssen wir aber in der nächsten Folge machen. Leute, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.